Hallo liebe Freunde von myQtube, ich bin's Eike aus dem Landkreis Rotenburg und wir machen heute mal die Liegeboxen sauber. Das ist nämlich ganz wichtig, wie wir das alle auch von zu Hause kennen. Wenn wir morgens aufstehen, machen wir auch unsere Betten und die Kühe gehen zweimal am Tag zum Melken. Das kann man da drüben sehen, die haben wir jetzt gerade rumgetrieben. Wir stehen hier jetzt gerade auf dem Wartehof. Das ist der Bereich, in dem die Kühe von Melken warten. Da passen 120 Kühe rein. In dieser Gruppe sind 110 Stück und das dauert jetzt ungefähr eine Stunde. Dann sind die alle durch. Und wenn die wieder zurückkommen, dann wollen die eine schöne weiche Liegebox haben. Und das kann man hier ganz gut sehen. Hier ist es jetzt schon fertig gemacht. Es ist eingeebnelt, so dass die Kuh sich wieder vernünftig hinlegen kann, dass sie gereinigt ist. Das heißt, dass die Scheiße, die die Kuh in die Boxen gemacht haben, dass sie rausgemacht wird und dass es ein bisschen wieder eingeeben wird. Hier drüben kann man sehen, wie das ist, wenn die Kühe jetzt zum Melken gegangen sind und wie die Boxen jetzt aussehen. Man sieht, dass es ein bisschen aufgewühlt ist hier. Das ist ein bisschen unehmend. Hier liegt auch gerade ein Haufen. Und das muss halt raus, weil wir wollen beim Melken auch saubere Euter haben. Und da wir ein Lebensmittel produzieren, wollen wir es auch sehr klinisch machen. So, jetzt haben wir gerade die Liegeboxen sauber gemacht. Und alle zwei Stunden fährt unser Schieber hier durch. Der nimmt den Mist von den Kühen mit und schiebt den hinten in den Abwurfschaft rein. Wie gesagt, das macht ihr alle zwei Stunden, damit die Laufflächen halt nicht mal sauber sind. Weil, wie man sich vorstellen kann, wenn die Kühe darauf laufen und der Mist zu hoch wird, dann fängt es irgendwann an zu spritzen und die Kühe werden dreckig. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, und wo wir jetzt gerade wieder bei den Liegeboxen sind. In den Liegeboxen bei uns liegt Häckselstroh. Das ist kurz gehäckselte Stroh. Damit streuen wir ein, weil das eine gute Saug-Eigenschaft hat. Wir haben vorher mal mit Späne eingestreut. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht. Und wir haben bei Späne nur ein Problem. Das ist halt ein Material, was sich leicht erhitzt, wenn es im Haufen liegt. Und dadurch haben wir Bakterienstammen, das sind Synchrodibakterien, die Eutererzündung hervorrufen können. Und deswegen haben wir uns für Stroh entschieden, weil Stroh ist halt auch ein organisches Material. Aber auf dem sind lange nicht so viele Bakterien vorhanden. Und somit hat sich unsere Eutergesundheit deutlich verbessert. Und deswegen streuen wir jetzt mit Stroh ein. Ja, also jetzt haben wir uns unsere Arbeiten fertig. Die Betten sind gemacht, die Laufflächen abgeschoben. Die ersten Kühe kommen jetzt gerade vom Melken wieder. Entweder gehen sie zum Fressen oder sie legen sich jetzt wieder in die Box und kauen wieder. Und dann ist für heute Feierabend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.